Letztes Mal in Yu-Gi-Ohm. Schattenspieler. Ich habe damals verloren, aber dieses Mal werde ich dich besiegen. Ich weiß, ich kann nicht schlagen. Duell! Hallo Schattenspieler. Hallo Rene Brain. Ich bin nicht Rene Brain, ich bin Joey Wheeler. Und ich bin Maximilian Pegasus. Es ist gut, wie es ist. Mögen die Spiele beginnen? Ich bin Hyrule Six. Selbstverständlich. Und wer soll anfangen? Ich lasse dich anfangen. Alles klar. Was ist das? Schatt! Let's go. Okay, ich beginne. Nein, noch nicht. Zu Beginn des Duells sagte ich meine Skillcard. Was können Sie? Melanien sauge ich. Gucke mir deine Hand an und ich kann entscheiden, ob du sie neu reinmischst. Oder nicht? Du darfst alle sehen? Ja. Okay. What the fuck? Mein Deck ist ziemlich gut. Ich spiele Grabwächter. What the... What the fuck? Es ist gut, wie es ist. Okay. Alles klar. Dann zeig, was du tun kannst. Ich werde dir zeigen, was ich alles tun kann. Ich normal beschwöre Grabwächter Schlaue Jäger im Angriffsmodus. Dann setze ich zwei Karten verdeckt auf meine Spielfeldseite und gebe meinen Zug an dich ab. Lächerlich. Ich ziehe. Ich beschwöre Klappvogel. Was kennt diese Karte? Ich dachte... Stop, Mann, du kennst die Karte. Jetzt halt die Klappe. Stop. Ich suche mir diese schöne Karte. Ist das okay? Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Noch sagst du das. Ich aktiviere die mächtige Zauberkarte. Schwarze Läsion der Ritual. Okay. Ich opfere einen Stern, um einen Einsternmonster zu rufen. Lass mich kurz überlegen. Okay. Schon überfordert? Nein. Effekt. Okay. Er bekommt auch zu mir Verteidigungspunkte, oder? Ja. Null. Super. Gut zu wissen. Fantastisch. Ach, bist wohl doch nicht Joey, was? Mein Stimmbruch. So, René, René. Attacke. Auf die Angriffsdeklaration aktiviere ich meinen Windsturm von Attackrack. Oh nein, wie unerwartet. Alle deine Monster in Verteidigungsposition. Du bist dran. Okay. Ich ziehe nun eine Karte von meinem Deck. Ich glaube, es ist fast deine letzte Karte. Das glaube ich nicht. Gott, bist du anstrengend, Alter. Mach deinen Zug. Ich normal... Ich beschwöre... Ich beschwöre... Ich beschwöre... Ich beschwöre... Graubwechter Schlauerjäger im Angriffsmodus. Er wird stattdessen zerstört. Das wird dir nicht helfen. Ich verstehe schon. Ich möchte in die Battle Face. Selbstverständlich. Ich greife mit meinem Graubwechter Schlauerjäger deine Klangvogel an. Tja, nicht mit mir. Du aktivierst meine Falle. Was kann die? Kannst du die echt nicht? Nee. Okay. Ich darf in deine Hand gucken, wenn du... Also, nee. Ja, weißt du selbst nicht. Was für ein Anfänger. Ja, ich darf in deine Hand gucken. Was machst du denn? Wenn du ein Monster hast, wird der Discard und der Angriff annulliert. Oh, alles klar. Ja. Dumm gelaufen, ne? Hast du dich abgeworfen? Ja, abgeworfen. Okay. Wird er auch geworfen? Dann bist du jetzt dran. Tja, ich ziehe. Oh. Ich denke, das wird ziemlich böse für dich. Alles klar. Set 1. Battle Face. Ja. Attack. Ähm. Beide haben die gleichen Angriffspunkte. Das heißt, ich werde zerstört und stödigst diese Kante weg. Und darauf möchte ich meine Mifisur aktivieren und dein aufgegeben zerstören. Ist okay. Attack directly. Ja. Du verlierst Lebensfunkel. Verstanden. Du verlierst Lebensfunkel! Ja. Du bist dran. Ich ziehe. Ich setze eine Karte verdeckt und beende nun meinen Spielzug. Hm. Ich ziehe vielleicht deinen Untergang. Da bin ich mehr gespannt. Mist. Egal. Ich beschwöre meinen nächsten Klangvogel. Alles klar. Ich suche. Ja. Geht mal. Mhm. Heben Sie ab. Und da ich schlau bin und ich weiß, dass du gewisse Karten spielst, setze ich diese Karte in Verteidigungsmodus. Verstanden. Battleface. Attack. Ah. Hahahaha. Easy. Wir gehen langsam die Lebenspunkte aus. Du wirst dran. Ich ziehe. Ich setze eine Karte verdeckt und beende meinen Spielzug. Das war's. Dein Untergang ist nah. Setze eine Karte. Geh in die Battleface. Attack-Klangvogel. Auf die Angstdeklaration aktiviere ich meine Crewline mit Kette und möchte deinen Monster in die Verteidigungsposition bringen. Äh, nein. Will ich nicht. Möchtest du darauf reagieren? Nein. Aber ich will das nicht. Okay. Hahaha. Okay. Du bist dran. In der Endphase möchte ich meinen Würfel-Tank nun aktivieren und dann meine Fähigkeit nutzen, um das Ergebnis des Würfelhoffs zu bestimmen. Ich möchte nämlich einmal die, äh, die Fünfen haben wollen. Was ist? Zwei. Äh, zerstöre zwei zaubersten Feindler. Aber wir haben... Tausend Lenshunde. Ja. Tausend Lenshunde. Ja. Tausend. Geht doch. So. Ich möchte meine Dänen bestimmen. Strong. Strong, strong. So. Ich ziehe. Du bist dran. Ich setze ein Monster verdeckt in Verteidigungsposition und gebe meinen Zug an dich ab. Hahaha. Shit. Egal. Alles klar. Hat er jetzt eins für Depp? Hahaha. Battleverse Attack! Ha! Du bist in meine Falle gelaufen. Mein Monster hat 1.500 Verteidigungspunkte. Da kommst du nicht rüber. Du erhältst 100 Schaden. Aaaaah! Okay. Mein Zug? Du bist dran. Ja, ich bin dran. Ich ziehe. Ich setze eine Karte verdeckt und beende meinen Spielzug. Denkst du, die hilft dir? Ich ziehe! Hahaha! Willst du was aktivieren? Okay. Ich aktiviere meine mächtige Zauberkarte. Okay. Das erlaubt mir meinen Klangvogel zu opfern. Und mein mächtiges Monstrum. Aufgegeben! Okay. Äh, auf die. Wären sie krank? Oh Mann. Auf die Beschwörung würde ich gerne reagieren wollen. Ich aktiviere mein... Du würdest gern, darfst aber nicht. Auf die... Auf die Beschwörung deines aufgegebenen möchte ich reagieren und aktiviere meine Karte bereit zum Abfang. Auf ein echter Sandmann. Auf ein echter Sandmann. Und entdecke das Monster in verdeckte Verteidigungsposition, um mein Monster vor deinem Monster zu schützen. Hm. Dann mach deinen letzten Spiel zu. Alles klar. Ich ziehe. Lass dir die Sprache verschlagen. Was? So viel Sext. Das sind alles bekannte Karten. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ich biete mein Grabwächt das Anwerber als Tribut an, um mein Grabwächt das Urache als Tributbeschwörung zu beschwören. Diese Karte erhält 100... Ne. Warte. Was kriegt die das? Im Endeffekt wählt's oder? Muss man einen auswählen? Du kannst 400 ATK-Boost geben oder alle 2000 ATK reduzieren oder das andere weiß ich gar nicht was erkannt. Ich zerstöre alle gesetzten Monster, die der Gegner kontrolliert. Das hört sich gut an. LOL. Ich möchte den Effekt nutzen, um alle gesetzten Monster auf dem Spielfeld zu zerstören. LOL. Oder die du kontrollierst. Dann möchte ich in die Battle Phase. Ich greife dein Klangvogel mit Grabwächt das Orakel an. Für 600 Schaden. Scheiße. Ich hab keine Ahnung! Nein! Hast du alle deine Ressourcen etwa schon verschwendet? Ich werde dieses Duell gewinnen. Für Yugi! Nicht mit mir! Okay, ich drehe nur mein Monster in Verteidigungsposition. Dein Zug! Amateur, du hast deinen Effekt vergessen. Ich ziehe! Ähm, Pflichteffekt. Nein! Der Zug. Ich möchte mit meinem Grabwächt das Anwärmer ein Monster vom Deck der Hand hinzufügen. In meinen Zug ist das legal. Es ist immer noch mein Zug. Okay, dann ist gleich mein Zug. Mit 1500 oder weniger Def. Ähm... Ich füge mir ein Grabwächt das Anwärmer vom Deck der Hand hinzu. Dann ist mein Zug! Ja! Ich ziehe! Ja! Ist das die 2, die du gezogen hast? Nein! Echt nicht! Du hast 2 gezogen! Pack weg! Ne, hab ich nicht! Normal Summon, kein Effekt! Du bist dran! Okay, ich ziehe! Ähm... Ich setze eine Karte verdeckt. Ich dreh mein Grabwächt das Orakel in Angriffsmodus. Ich möchte in die Battle Phase. Okay. Ich greife deinen Senju der 1000 Handeln an. Ich hätte was setzen sollen! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Haben Sie ein Monster? Das ist aber Minus! So, bin ich! Touch! Dein Zug! Drop! Ich glaube hier stimmt fast nichts. Du bist dran! Ich ziehe! Ich aktiviere meine Feinkarte, Ritus des Geistes. Damit wähle ich mein Grabwächt das Laueger im Friedhof und... Ich schwöre ihn als Spezialbegriff von meinem Friedhof! Ja! Keine Warnung! Äh, nö! Ich setze eine Karte verdeckt. Ich gehe in die Battle Phase. Ich greife mit meinen beiden Monster, deine Monster an und zerstöre sie. Jetzt ist dein Zug! It's so sad! It's so sad! Yugi wäre stolz auf mich! Halt die Fresse! Seth, du bist dran! Ich bin dran! Ich ziehe! Ich setze eine Karte verdeckt! Ich möchte in die Battle Phase! Ich greife mit meinem Lauerjäger nun deine verdeckte Karte an! Ja! Ich greife nun direkt mit meinem Grabwächt das Orakel dich an! Hat er 2000? Ja! Naja! Du bist dran! Seth, du... Ich bin dran! Ich ziehe! Ich setze eine Karte verdeckt! Ja! Ich gehe in die Battle Phase! Ja! Wehe! Das Ding hat 1-2 verteidigt! Deswegen greifst du doch lieber mit denen an! Ich greife da an! Nein, mit denen! Mit denen! Den! Mit denen! Mein Video! Den! 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 Ich greife mit denen! Und jetzt mit denen! Jetzt kann ich mit denen! 1-7! Nein! Doch! Charge! Weiter! Mit dich! Okay! Meine letzte Karte! Set! Du bist dran! Ich ziehe! Ich möchte in die Battle Phase gehen! Ja! Ich greife mit Grafwecht das Orakel deine verdeckte Karte an! Nein! 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 Ich greife dich direkt an! Ja, ich habe gewonnen, Yu-Gi-Hu!